Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Mascha und wir machen heute eine Ashtanga-Yoga-Praxis zusammen. Die ist ein bisschen verkürzt. Wir machen den Fokus auf den stehenden Posen. Das heißt, wir machen erst ein paar Sonnengröße zum Warmwerden, gehen dann über in die stehenden Posen, nehmen uns da Zeit für und ich erkläre alles ein bisschen genauer und dann gehen wir noch in eine kurze Finishing-Sequenz. Ganz viel Spaß dabei! Und dann starten wir jetzt hier ins Samastiti am Anfang der Matte. Nimm die Füße zusammen, die großen Zehen berühren sich und die Fersen sind ganz leicht auseinander. Richte dich auf, roll die Schultern zurück und dann nimm nochmal die Hände vor dem Herzen zusammen und schließ für einen Moment die Augen. Wir starten traditionellerweise die Ashtanga-Yoga-Praxis immer mit dem Opening-Mantra. Dann lass uns jetzt hier auch einen kurzen Moment Zeit, damit du zu Hause das Opening-Mantra singen kannst, wenn du möchtest. Wenn nicht, bleibe einfach einen kurzen Moment hier stehen. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Und dann öffne die Augen, löst die Hände und gehen durch Suya-Namaskara A, den ersten Sonnengruß. Mit der nächsten Einatmung heb jetzt die Arme über den Kopf nach oben, blick es Richtung Hände. Ausatmen, beug dich nach vorne, Uttanasana. Du kannst gerne die Knie ein bisschen beugen hier in der ersten Vorbeuge. Einatmen, mach den Rücken lang, blick es gerade aus. Ausatmen, dann setz die Hände ab, nimm die Füße zurück in eine Plank-Pose und dann setz Knie, Brust, Bein, Kinn auf der Matte ab. Einatmen, roll dich nach vorne in eine Cobra-Pose, Schulternrollen zurück. Und ausatmen, herabschauender Hund. Und hier im ersten herabschauenden Hund kannst du dann gerne ein bisschen Bewegung vielleicht noch in die Position bringen, mal das rechte Bein beugen und das linke Bein beugen. Und ganz langsam in diese Dehnung der Beinrückseiten reinzukommen. Dann komm noch mal auf die Fußzehen nach oben, beug die Knie, mach den Rücken ganz lang und lass dann von hier aus die Fersen Richtung Matte sinken und streck die Beine so gut es geht. Nimm noch einen Atemzug hier. Dann mit der nächsten Einatmung komm auf die Fußzehen und lauf dann mit den Füßen nach vorne, komm in eine halbe Vorbeuge. Ausatmen, beug dich wieder nach vorne, Uttanasana. Einatmen, heb die Arme über den Kopf, komm zum Stehen. Ausatmen, Samastiti. Nochmal mit der Stangekant, Ekam, Inhale, heb die Arme an. Dwe, Exhale, beug dich nach vorne, beug gerne die Knie. Trini, Inhale, heb den Blick, der Rücken ist lang. Chattwari, Exhale, spring oder lauf zurück und geh dann durch ein Chaturanga oder wie eben Knie, Brust, Bein, Kinn. Pancha, Inhale, heraufschauender Hund oder Cobra und Shut, Exhale, herabschauender Hund. Und dann fünf tiefe Atemzüge hier im herabschauenden Hund. Lasst eine Wirbelsäule wieder ganz lang werden, schieb die Sitzknochen nach hinten oben raus und lass die Fersen ganz sanft Richtung Matte sinken. Du kannst immer noch die Knie ein bisschen gebeugt lassen. Wichtig ist wirklich, dass der Rücken ganz lang werden kann. Lass den Nacken locker hängen. Und schieb dich lang aus den Schultern raus. Die Arme sind ganz gestreckt. Föcher die Finger auf und dann verteile dein Gewicht ganz gleichmäßig in der kompletten Handfläche bis in die Fingerspitzen rein. Mit der nächsten Einatmung springen oder lauf dann nach vorne, komm in die halbe Vorbeuge. Exhale, beug dich nach vorne. Nava, Inhale, heb die Arme über den Kopf, Erdva Hastasana. Exhale, Samastiti. Nochmal, Ekam, Inhale, heb die Arme an. Dwe, Exhale, beug dich nach vorne. Turini, Inhale, heb den Blick. Chattwari, Exhale, spring oder lauf zurück in Chaturanga oder Knie, Brust, Bein, Kinn. Pancha, Inhale, heraufschauender Hund, roll die Schultern zurück. Shut, Exhale, herabschauender Hund. Und fünf tiefe Atemzüge wieder im herabschauenden Hund. Und eins, zwei, konzentriere dich ganz auf die Atmung, drei, Drei, vier, fünf, Sapta, Inhale, spring oder lauf nach vorne, halbe Vorbeuge. Ashtau, Exhale, Fold forward. Nava, Inhale, heb die Arme an. Und Exhale, Samastiti. Ein letztes Mal, Ekam, Inhale. Dwe, Exhale. Turini, Inhale. Chattwari, Exhale. Pancha, Inhale. Shut, Exhale, herabschauender Hund. Fünf tiefe Atemzüge. Die Verbindung zwischen Atmung und Bewegung ist ganz wichtig. Mashtanga-Yoga, man sagt auch, es ist Meditation durch Bewegung. Und wir verbinden hier wirklich immer Atmung und Bewegung miteinander. Und wollen dabei die Atmung immer ganz gleichmäßig lassen, immer wieder zurück zur ruhigen Atmung finden. Und dann ergibt sich wie so ein ganz gleichmäßiger Fluss über die Atmung. Noch ein letzter Atemzug hier. Und Sapta, Inhale, spring oder lauf nach vorne, halbe Vorbeuge. Ashtau, Exhale. Nava, Inhale. Exhale, 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 Samastiti. Second Salutation zu ihr Namaskara, B. Mit der Einatmung kommen in Utkatasana nach unten, das ist die Chair Pose. Ausatmen, beug dich nach vorne, Uttanasana. Kannst immer noch die Knie gebeugt lassen, wenn du möchtest. Inhale, heb den Blick. Exhale, spring oder lauf zurück. Chaturanga oder Variation. Inhale, heraufschauender Hund. Exhale, herabschauender Hund. Achtung, mit der nächsten Einatmung nimm den rechten Fuß jetzt zwischen die Hände nach vorne. Wenn es geht, setz ihn direkt ab. Du kannst aber auch gerne mit deiner Hand nachhelfen, den Fuß nach vorne nehmen. Setz dann die hintere Ferse auf und richte dich auf in einen Krieger 1. Blick ist Richtung Hände. Ausatmen, setz die Hände auf der Matte ab. Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Linke Seite, einatmen, der linke Fuß kommt zwischen die Hände nach vorne. Du kannst wieder gerne ein bisschen nachhelfen. Versuch den Fuß so sanft wie möglich aufzustellen. Setz die hintere Ferse auf und dann richte dich auf. Komm in einen Krieger 1. Die Hüfte will parallel nach vorne zeigen. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Und 5 Atemzüge wieder hier. Versuch zurück zu deiner ruhigen Atmung zu finden, hier im herabschauenden Hund. Lass mit jeder Einatmung den Bauch ein bisschen locker werden. Und mit jeder Ausatmung zieh ganz bewusst den Bauchnabel nach innen oben Richtung Wirbelsäule ran. Aktivier bis in die Bauchmuskulatur. Noch ein letzter Atemzug. Und dann einatmen, spring oder lauf wieder nach vorne. Komm in eine halbe Vorbeuge. Ausatmen, beug dich nach vorne. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana. Und ausatmen, Samasthiti. Mit Ashtanga Count, Ekam Inhale für Utkatasana. Dwe, exhale, beug dich nach vorne. Trini, inhale, heb den Blick, Rücken ist lang. Chattwari, exhale, spring oder lauf zurück. Chatturanga. Pancho, inhale, Urdhva Mukha Svanasana. Chatt, exhale, Adho Mukha Svanasana. Saptha, inhale, der rechte Fuß kommt nach vorne. Richte dich auf, ein langer Inhale. Ashtau, exhale, Chatturanga, komm wieder nach unten. Nava, inhale. Desha, exhale. Eko desha, inhale, links kommt nach vorne, Krieger 1. Dwe desha, ein langer Exhale, Chatturanga. Trayo desha, inhale. Chattur desha, exhale. Und dann fünf Atemzüge wieder hier im herabschauenden Hund. Finde zurück zu deiner ruhigen und gleichmäßigen Atmung. Wenn du eine Pause brauchst, kannst du auch gerne kurz mal die Knie runternehmen. Für ein paar Atemzüge in den Child's Pose nach unten kommen. Egal wo du bist, versuch die Atemzüge wieder ein bisschen zu verlängern. Und über die Atmung deinen Puls wieder ein bisschen zu beruhigen. Ein letzter Atemzug. Und dann Pancha desha, inhale, komm nach vorne, halbe Vorbeuge. Chaudesha, exhale. Sabta desha für Utkatasana. Und Samastiti. Wir gehen zu den Standing Positions. Nimm die Hände zu den Hüften, spring die Füße hüftbreit auseinander. Ekam, inhale, mach dich ganz lang. Dwe, exhale, beug dich nach vorne für Padangustasa. Und ergreif jetzt die großen Zehen. Einatmen, mach dich dann nochmal ganz lang. Und ausatmen, beug dich jetzt nach vorne. Lass den Nacken ganz locker für die Vorbeuge. Die Ellenbogen ziehen nach außen. Und du kannst auch hier gerne die Knie ein bisschen beugen. Versuch eher den Rücken schön lang zu lassen. Stell dir vor, du willst Bauch und Brustkorb Richtung Oberschenkel und Richtung Knie ranbringen. Mit jeder Einatmung zieh die Wirbelsäule noch ein bisschen mehr auseinander. Mach dich ganz lang. Und mit der Ausatmung lass dich ein bisschen nach unten sinken. Mit der nächsten Einatmung heb den Blick, mach den Rücken lang. Und dann für Padahastasana, stell dich jetzt auf deine Handflächen. Einatmen, Länge. Und ausatmen, beug dich nochmal nach vorne. Fünf tiefe Atemzüge jetzt hier. Deine Fußzehen pressen jetzt in die Handflächen rein. Du kannst dir so ein bisschen die Handgelenke massieren. Versuch dein Gewicht auch nach vorne in die Zehen zu verlagern. Die Ellenbogen ziehen nach außen. Deine Sitzknochen wollen zur Decke nach oben, dass dein Rücken ganz lang werden kann. Dein Becken ist so leicht gekippt nach oben. Und fünf. Inhale, heb den Blick. Exhale, Hände zu den Hüften. Inhale, richte dich auf. Und exhale, Samastiti, nimm die Füße zusammen. Utita Trikonasana E. Come inhale, dreh dich über die Seite, nimm die Arme in ein T. Und exhale, dreh jetzt den rechten Fuß nach hinten auf. Der linke ist ganz leicht eingedreht, zieh dich lang nach vorne. Und setz dann deine rechte Hand entweder am Unterschenkel oder am Oberschenkel ab. Vielleicht kannst du auch den rechten großen Zeh greifen. Der linke Arm zieht lang Richtung Decke nach oben. Und du blickst Richtung linke Hand. Versuch jetzt ganz viel Länge in deine rechte Seite zu bringen. Schieb die rechte Hüfte nach hinten raus. Und die linke Hüfte rollt sich so ein bisschen auf. Du wirst die Dehnung hier in der Außenseite der linken Hüfte spüren. Und vielleicht auch im vorderen Bein. Mit der nächsten Einatmung richte dich auf. Und ausatmen, dreh dich jetzt über links. Setz die linke Hand entweder am Unterschenkel oder am Oberschenkel, vielleicht am Sprunggelenk oder am Fuß auf. Und der rechte Arm zieht jetzt zur Decke oder zum Himmel nach oben. Blick ist Richtung rechte Hand. Eins. Beide Beine sind ganz gestreckt. Stell dir wieder vor, du wirst jetzt die linke Seite hier ganz lang strecken. Du wirst es vermeiden, dass du so einen Bogen bildest mit deiner Wirbelsäule. Der Oberkörper ist direkt über dem vorderen Bein. Und du wirst den Brustkorb jetzt zur Seite aufdrehen. Mit der Einatmung richte dich wieder auf. Komm zur Mitte. Und für Pavarita Trikonasana, dreh dich wieder über rechts. Die Hüfte zeigt parallel nach hinten. Heb den linken Arm an. Und dann setz die linke Hand entweder auf der Außenkante des rechten Fußes ab oder vielleicht am Schienbein. Der rechte Arm zieht jetzt zur Decke nach oben. Blick ist Richtung rechte Hand. Du willst die Füße hier entweder hüftbreit auseinander haben oder die Fersen auf einer Linie. Die Hüfte ist ganz stabil in der Mitte. Und dann finde den Twist im oberen Rücken. Denk an die Länge in der Wirbelsäule. Mit jeder Ausatmung dreh den Brustkorb bisschen mehr über die rechte Seite. Roll die rechte Schulter zurück. Mit der nächsten Einatmung richte dich auf. Komm über die Mitte und dreh dich über links. Heb den rechten Arm nach oben. Und dann ausatmen. Setz die rechte Hand auf der Außenkante des linken Fußes ab oder wieder am Schienbein. Du kannst auch gerne einen Block nutzen. Und der linke Arm zieht zur Decke nach oben. Blick ist Richtung linke Hand. Und jetzt arbeite hier wieder mit deiner Atmung. Einatmen, streck dich ganz lang. Und ausatmen, twist über die linke Seite. Öffne den Brustkorb. Lass die Hüfte ganz stabil. Und dann mit der nächsten Einatmung richte dich auf. Pancha. Komm zur Mitte. Exhale Samasthiti. E-Kam-Inhal-Utita-Pajwa-Konassana. Dreh jetzt die rechten Zehen nach hinten auf und beug dein rechtes Bein. D-Exhale. Setz den Unterarm auf dem Oberschenkel ab und zieh den linken Arm über den Kopf nach oben. Blick ist Richtung linke Hand. Wenn du möchtest, kannst du die rechte Hand auch auf der Außenkante des rechten Fußes absetzen. Fünf Atemzüge hier. Versuch eine ganz gerade Linie zu bilden. Von den Fingerspitzen bis in die Außenkante des linken Fußes. Lass die Hüfte hier nach unten sinken und versuch deine linke Hüfte zu öffnen. Und dann Trini. Inhale. Komm nach oben über die Mitte und dreh dich über die linke Seite. Beug dein linkes Knie. Setz dann den linken Unterarm auf dem Oberschenkel ab und zieh den rechten Arm über den Kopf nach oben. Du willst den kleinen Finger Richtung Matte nach unten zeigen lassen. Das heißt, der Arm ist leicht rotiert. Wenn du möchtest, kannst du auch hier wieder die linke Hand neben dem linken Fuß absetzen. Lass die Hüfte nach unten sinken. Und du willst die rechte Hüfte so ein bisschen nach hinten schieben, um hier die Hüfte zu öffnen. Und öffne auch den Brustkorb über die Seite. Schaff hier ganz viel Länge, ganz viel Platz in deinem Brustkorb. Und dann mit der linken Einatmung richte dich auf. Und dann für Pavrita, Pajvakonasana, dreh dich über rechts. Setz jetzt dein hinteres Knie auf, heb den linken Arm nach oben und nimm dann die Hände vor dem Herzen zusammen und twiste dich über die rechte Seite. Schieb mit deinem linken Ellenbogen gegen das Knie. Und dann heb vielleicht das hintere Knie von der Matte an. Das ist eine kleine Variation von der kompletten Position. Und arbeite jetzt einfach hier dran, deinen Brustkorb über die rechte Seite zu öffnen. Blick Richtung Himmel, Richtung Decke nach oben. Roll die rechte Schulter zurück. Mit der nächsten Einatmung richte dich auf, komm über die Mitte zur linken Seite. Setz das hintere Knie auf der Matte ab, heb jetzt den rechten Arm an, nimm die Hände vor dem Herzen zusammen und twiste dich über links. Heb auch hier wieder das hintere Knie von der Matte an. Beide Beine sind ganz aktiv. Du willst hier ganz viel Stabilität über die Beine aufbauen, dass deine Hüfte mittig bleiben kann und der Twist wirklich im oberen Rücken dann erst kommt. Ein tiefer Atemzug. Und dann einatmen, komm nach oben, öffne dich über die Mitte. Ausatmen, Samastitihi. Prasarita Paduttanasana. Mach einen großen Schritt über die rechte Seite. Jetzt sind die Außenkanten der Füße parallel zueinander. Nimm die Hände zu den Hüften. Inhale, mach dich ganz lang. Und exhale, beug dich nach vorne. Setz die Hände schulterbreit auf der Matte auf. Inhale, streck dich nochmal lang. Und exhale, beug dich jetzt nach vorne. Versuch die Länge in der Wirbelsäule zu behalten und langsam in die Vorbeuge zu kommen. Die Beine sind ganz gestreckt und lass die Muskulatur hier aktiviert. Du wirst die Sitzknochen zur Decke nach oben schieben. Diese leichte Kippbewegung hier im Becken. Und wenn du sehr flexibel bist, kannst du mit deinen Händen vielleicht auch zwischen die Füße laufen. Lass den Nacken ganz locker hängen. Und dann schieb dein Gewicht noch ein bisschen mehr in die Fußzehen nach vorne, dass deine Hüfte ganz mittig zwischen den Füßen ist. Der nächste Einatmung. Heb den Blick, mach den Rücken lang. Ausatmen, Hände zu den Hüften. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, lösen. Prasarita Padottanasana B. Öffne die Arme. Nimm die Hände wieder zu den Hüften. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, beug dich nach vorne. Und lass jetzt die Hände an den Hüften. Roll die Schultern zurück. Zieh die Schulterblätter hinterm Rücken zusammen. Zieh den Rücken auch hier wieder richtig lang lassen. Versuch auch Länge in den oberen Rücken zu bringen. Lass die Hände an den Hüften. Und kannst jetzt mit deinen Händen so ein bisschen diese Kippbewegung unterstützen. Die kleinen Finger schieben die Hüfte noch mehr zurück. Mit der nächsten Einatmung kommen wir wieder nach oben. Ausatmen, löst die Hände. Einatmen, öffne die Arme in einen T. Ausatmen, nimm die Hände hinterm Rücken zusammen. Verschränk die Hände ineinander und richte dich hier auf. Und ausatmen, beug dich nach vorne. Lass die Hände jetzt über den Kopf nach vorne fallen. Ein bisschen Schulteröffnung ist hier mit dabei. Und willst versuchen, die Handflächen zusammenzulassen und die Schulterblätter hier zusammenzuziehen. Lass deinen Oberkörper nach unten sinken. Lass den Kopf ganz locker hängen. Und dann schieb dein Gewicht wieder ein bisschen mehr in die Fußzehen nach vorne. Mit der Einatmung richte dich auf. Ausatmen, löst die Hände. Öffne die Arme dann in einen T. Nimm die Hände zu den Hüften. Geh jetzt an den Beinen entlang nach unten. Greif die großen Zehen. Für Prasarita Paduttanasana D. Einatmen, Länge. Und ausatmen, beug dich nach vorne. Die Ellenbogen ziehen nach außen. Fünf tiefe Atemzüge hier. Wenn das ein bisschen zu viel ist, hier die Zehen zu greifen, dann kannst du auch gerne die Hände wieder schulterbreit auf der Matte abstellen. Wenn du die großen Zehen gegriffen hast, dann versuch auch mit dem Daumen rumzugreifen, dass du dich hier nicht abstützt. Ein letzter Atemzug. Und dann einatmen, heb den Blick. Ausatmen, Hände zu den Hüften. Einatmen, richte dich auf. Und ausatmen, komm zurück an den Anfang deiner Matte. Und für Prasarita Paduttanasana, nimm die Hände jetzt hinterm Rücken in Namaste oder greif deine Ellenbogen. Roll die Schultern zurück und mach einen Schritt über die rechte Seite. Die Hüfte zeigt jetzt wieder parallel nach hinten. Einatmen, streck dich hier lang. Und ausatmen, beug dich jetzt über das gestreckte rechte Bein nach vorne. Du willst in der Position beide Beine ganz gestreckt lassen und die Füße sind wieder entweder hüftbreit auseinander oder die Fersen auf einer Linie. Und dann lass den Oberkörper langsam nach unten sinken, aber behalte Länge in der Wirbelsäule. Du musst nicht so tief gehen. Zieh die Schulterblätter hinterm Rücken zusammen und lass den Kopf ganz locker hängen. Einatmen, richte dich auf und ausatmen, dreh dich über die linke Seite und dann beug dich hier über das gestreckte linke Bein nach vorne. Fünf Atemzüge hier. Versuch beide Beine ganz gestreckt und aktiv zu lassen. Stell dir vor, du hättest einen Block zwischen den Oberschenkeln, dass deine Beine hier ganz viel arbeiten müssen. Verlage das Gewicht auch ein bisschen in die Fußzehnen deines linken Fußes. Und lass dich mit jeder Ausatmung ein bisschen nach unten sinken. Mit der nächsten Einatmung richte dich auf, öffne dich über die Seite. Ausatmen, Samastiti. Tita Hasta Padangusthasana. Ich drehe mich kurz zur Kamera. Wir balancieren auf dem linken Bein. Hebe jetzt mit der Einatmung das rechte Bein nach oben und greife den großen Zeh. Du kannst entweder hier mit angewinkeltem Bein stehen bleiben oder fang langsam an, das Bein nach vorne auszustrecken. Gehe soweit du kannst. Vielleicht kannst du das Bein auch ganz strecken. Und wenn du das Bein ganz gestreckt hast, dann schiebe vielleicht auch die Zehen noch nach vorne raus, um hier so ein bisschen Gegenspannung aufzubauen. Bleib hier aufrecht stehen. Versuch die rechte Schulter zurückzuziehen. Deine Schulter auf einer Ebene bleiben. Blick geradeaus. Lass das Standbein ganz gestreckt. Und dann öffne jetzt das rechte Bein über die Seite und schau über deine linke Schulter. Die Hüftöffnung. Versuch deine Balance zu finden. Wenn es mit gestrecktem Bein zu viel ist, beug das Bein einfach ein bisschen. Aktiviere deine Po-Muskulatur vor allem auf der linken Seite, dass du hier ganz mittig mit deinem Oberkörper, mit deinem Becken über dem linken Fuß bleibst und die Hüfte sich nicht zur Seite rausschiebt. Dann komm wieder zur Mitte. Mit dem Ausatmen beug dich vielleicht über das gestreckte Bein nach vorne. Dann richte dich wieder auf und löse jetzt den Fuß und halte den Fuß jetzt nur mit der Muskulatur nach vorne gestreckt. Du kannst das Bein auch gerne anwinkeln. Das ist ein bisschen leichter. Versuch das Bein so weit oben wie möglich zu halten. Achte darauf, dass du dich hier nicht nach hinten lehnst. Du willst ganz aufrecht stehen bleiben. Dann ausatmen, setz den Fuß wieder ab und Seitenwechsel. Hebe jetzt das linke Bein nach oben an, greif den großen Zeh und streck das Bein so weit wie möglich nach vorne. Es muss nicht gestreckt sein, geh so weit wie du gehen kannst. Wenn das Bein gestreckt ist, schieb wieder mit den Fußzehen gegen die Hand nach vorne. Ein bisschen Gegenspannung aufzubauen und zieh dann die linke Schulter wieder zurück, dass sie auf einer Linie mit der rechten Schulter bleibt. Das Standbein ist ganz gestreckt. Und dann öffne jetzt dein linkes Bein über die Seite. Schau über deine rechte Schulter für die Hüftöffnung. Du kannst gerne das Bein beugen, so wie ich es jetzt gerade zeige, wenn es zu viel ist. Versuch hier wieder mit deinem Oberkörper ganz mittig über dem rechten Fuß zu bleiben. Dann einatmen, komm zur Mitte. Ausatmen, beug dich über das Bein nach vorne. Und dann richte dich auf, löse jetzt die Hand, nimm beide Hände zu den Hüften, und bleib hier aufrecht stehen. Du kannst das Bein gerne anwinkeln oder lass es gestreckt nach vorne. Achte drauf, dich nicht nach hinten zu lehnen. Zieh den Bauchnabel nach innen. Und dann ausatmen, lösen, setz den Fuß ab. Kurz mal Beine lockern. Und dann gehen wir durch ein Vinyasa zu Utkatasana. Ekam, inhale, heb die Arme an. Dwe, exhale, beug dich nach vorne. Trini, inhale, heb den Blick. Chattwari, exhale, Chaturanga. Pancha, inhale, Erdvamukhasvanasana. Shatt, exhale, Adho. Sapta, inhale, komm direkt wieder nach vorne, lass die Knie gebeugt, sink mit der Hüfte nach unten für Utkatasana, heb die Arme an. Du kannst die Hände entweder schulterbreit auseinanderlassen oder die Handflächen zusammennehmen. Blick es Richtung Hände nach oben. Und schieb das Gewicht jetzt in die Fersen nach hinten, lass die Hüfte nach unten sinken. Zieh den Bauchnabel nach innen, der untere Rücken bleibt lang. Einatmen hier. Und ausatmen, setz die Hände ab, spring oder lauf direkt zurück, Chaturanga. Einatmen, Erdvamukha. Und ausatmen, Ardvamukha, herabschauender Hund. Nehmen ein paar Atemzüge kurz hier, bevor wir weitergehen zu den Kriegern 1 und 2. Das sind die letzten stehenden Posen aus der ersten Serie und danach gehen wir dann schon in unser Cooldown. Nehmen jetzt den rechten Fuß nach vorne, setz die linke Ferse auf. Richte dich auf, Krieger 1. Nimm die Hände nach oben und Blick Richtung Hände. Versuch die Hüfte parallel nach vorne zeigen zu lassen. Das heißt, du schiebst die linke Hüfte bis hier nach vorne, ziehst die rechte Hüfte zurück. Lass den unteren Rücken lang, zieh den Bauchnabel nach innen. Dein rechtes Knie ist über der Ferse. Dann streck dein rechtes Bein, dreh dich jetzt über links, Vira Badrasana 1 links. Beug dein linkes Knie und heb den Blick wieder Richtung Hände nach oben. Du willst versuchen, deinen vorderen Oberschenkel nach unten sinken zu lassen, sodass du vielleicht den 90 Grad Winkel in den vorderen Bein kommst. Lass den unteren Rücken lang, zieh den Bauchnabel nach innen. Und dann öffne dich jetzt über die Seite, die Hüfte öffnet sich, du kannst gerne den Schritt ein bisschen größer machen. Für Vira Badrasana 2. Das linke Bein bleibt gebeugt, das heißt, wir bleiben noch auf der linken Seite. Die Arme sind in einem T, schau über deine linke Hand nach vorne und zieh die Arme richtig schön auseinander, dass du die Spannung aufbaust. Lass auch hier wieder die Hüfte nach unten sinken, du willst den 90 Grad Winkel in dem gebeugten Knie bekommen. Einatmen, streck dann dein linkes Bein. Ausatmen, dreh dich über rechts, beug dein rechtes Knie. Vira Badrasana 2 rechts. Blick es über die rechte Hand. Lass den unteren Rücken hier wieder lang, zieh den Bauchnabel nach innen oben. Konzentrier dich auf deine Atmung und lass die Hüfte nach unten sinken. Lass deinen Oberkörper ganz mittig über dem Becken, schau, dass du dich nach vorne oder hinten lebst. Und dann ausatmen, setz die Hände auf der Matte ab. Chaturanga. Einatmen, Erdvamukha. Ausatmen, Ardvamukha. Vakashvanasana, herabschauender Hund. Fünf tiefe Atemzüge nochmal hier. Eins. Konzentrier dich auf die Atmung. Zwei. Lass den Nacken ganz locker. Drei. Zieh den Bauchnabel nach innen mit der Ausatmung. Vier. Und fünf. Sapta inhale, spring oder lauf nach vorne. Komm jetzt zum Sitzen. In der ersten Serie würde es jetzt eigentlich weitergehen mit den sitzenden Positionen. Wir gehen jetzt direkt in ein kurzes Finishing hier noch zum Abschluss. Komm in eine aufrechte Sitzposition. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt den Lotus legen oder vielleicht den halben Lotus. Und wenn es zu viel ist, dann kreuze einfach die Schienbeine voreinander. Leg dann die Handrücken auf den Knien ab, nehm Daumen und Zeigefinger zusammen. Und lass dein Kinn Richtung Brustbein nach unten sinken. Und dann richte den Fokus hier jetzt ganz bewusst nach innen und beobachte einfach deine Atemzüge. Dann heb den Blick und wechsel jetzt nochmal deine Beine, sodass du andersrum kreuzt, wenn du im Lotus warst oder im halben Lotus. Und auch wenn du die Schienbeine einfach voreinander gekreuzt hast, nimm das jetzt einmal andersrum. Und dann das Gleiche nochmal, nehm Daumen und Zeigefinger zusammen. Lass deinen Kinn Richtung Brustbein nach unten sinken. Und dann schließ gerne auch die Augen. Beobachte einfach deine Atemzüge. Dann heb den Blick. Wir machen noch einen Lift zum Abschluss. Entweder im Lotus, also die Beine bleiben im Lotus oder du kreuzt die Schienbeine jetzt vor deinem Bauch. Setz die Hände neben der Hüfte auf, streck die Arme. Und jetzt schieb dich aus den Schultern raus, zieh die Knie Richtung Brustkorb ran, löst die Füße von der Matte. Mach einen Atemzug. Und ausatmen, lösen. Gehen durch ein letztes Vinyasa. Spring oder lauf zurück. Einatmen, Ödvamukha. Ausatmen, Advamukha. Dann locker vielleicht nochmal kurz den Nacken. Schüttel den Kopf, ja, nein. Und dann Zapta, Inhale, spring zum Sitzen nach vorne. Und dann lasse ich jetzt langsam zum Liegen auf den Rücken nach unten. Für Shavasana. Die Arme entlang des Körpers. Lass die Handflächen nach oben zeigen. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein, vielleicht durch den Mund aus. Und dann lass jetzt ganz bewusst alle Anspannung los. Entspann deine Muskulatur, lass den Atem ganz natürlich fließen. Für die nächste Minute hier in Shavasana. Wie altrunde ist er jetzt noch altrunde ist? Und dann lassen Sie sich jetzt mal ganz einfach astrologisch. Für die nächste Minute. property机au mit dem Unab Hanım nach unten protection. Und zwar ist es so wichtig, ist es новый Teil die Körpers今回. Und dann sen�도 das machen거나 link Patch. Und dann lassen Sie immer wieder Ein Team sla開 interpreter. Zu sagen das Meet Mädchen. Und dann 해� yourself mal mit den dreadlich des Körpers. Fange dann langsam an, wieder ein bisschen Bewegung zurück in den Körper zu bringen. Starte vielleicht mit den Händen und den Füßen und dann strecke dich nochmal lang über den Kopf nach oben. Dann ziehe die Knie zu dir ran, komme nochmal zum Liegen auf eine Seite. Lass gerne die Augen noch geschlossen und dann komm in eine aufrechte Sitzposition nach oben. So, dass du hier bequem sitzen kannst, nochmal für einen kurzen Moment. Und dann richtig den Fokus hier nochmal nach innen. Schau, wie du dich jetzt fühlst nach der Praxis, nach dieser verkürzten Praxis. Und dann nimm die Hände vor dem Herzen zusammen und wenn du möchtest, wie zu Beginn auch, kannst du jetzt für dich einmal das Closing Mantra singen. Vielen Dank. Dann nimm die Hände zu Stirn für klare Gedanken, zum Mund für ehrliche Worte, zum Herzen und beug dich nach vorne. Namaste. Ich freue mich, dass du heute mit mir Yoga praktiziert hast. Ich hoffe, dir geht es gut. Klick gerne auf den Like-Button, wenn dir das Video gefallen hat und schreib mir dein Feedback in die Kommentare und abonniere gerne meinen Kanal. Da kommen jetzt regelmäßig neue Videos raus. Es gibt auch schon ein anderes Ashtanga-Intro-Video, wenn du einen kleinen Einblick in die erste Serie gewinnen möchtest. Bis zum nächsten Mal.